Der vierjährige Enkel von Sach und Selina, Bradley Hamilton, schlenderte um den Couchtisch herum, bis er das Telefon seiner Großmutter entdeckte. Da sie gerade in ein Gespräch mit seiner Mutter vertieft war, sah er seine Chance gekommen. Er schnappte sich das Telefon und schlug mit einem Finger darauf ein, wobei er rief. Dummes Telefon! Dummes Telefon! Seine spielerische Nachrahmung der Kämpfe seiner Großmutter mit der Technik löste bei den Zuschauern, einschließlich Selina selbst, immer Gelächter aus. Sie glaubte, dass die Geräte ihre Ängste irgendwie erkennen und ausnutzen könnten. Sie ahnte nicht, dass ihre Probleme mit der Handy-Technologie ihr später zum Verhängnis werden würden. Die Geschichte von Sach und Selina begann an der Ohio State University, die auch als Ohio State bekannt ist. Ihre erste Begegnung fand in der Studentgrille statt, einem Zentrum für Essen und soziale Kontakte. In diesem inoffiziell abgegrenzten Raum gab es verschiedene Klixen. Sach, der Ingenieurstudent, beanspruchte seinen Platz in der Nerd-Sektion, während Selina sich im Arzifazi-Bereich aufhielt, der von allen anderen als solcher bezeichnet wurde. An einem bestimmten Tag fand sich Sach an der Grenze zwischen dem Streber- und dem Künstlerbereich wieder. Als er dort aufblickte, sah er Selina zum ersten Mal. Er war fasziniert. Selina, eine Künstlerin, deren Kleidung der Zeit entsprach, trug eine Mütze, die den größten Teil ihrer blonden Locken verdeckte. Ihr kariertes Hemd, das in der Taille gebunden war, ließ einen Hauch von Taille erkennen, und trotz ihrer bescheidenen Oberweite waren ihre Bewegungen unter dem Stoff ungehemmt. Natürlich trug sie eine blaue Jeans. Zwischen sexy und sinnlich liegt ein feiner Unterschied. Es ist zwar schwer zu sagen, aber Sach stufte sie sofort als sinnlich ein. Kein einziges Merkmal, von ihrer Visage bis zu ihrem Hintern, stach hervor, und doch war er völlig angetan, wenn man von einer Stangenaxt, angetan, sein kann. Sachs Träumerei wurde durch Selinas scharfen Ruf unterbrochen. Hi, Trottel, was soll das? Normalerweise würde sie sich nicht mit einem Streber einlassen, aber ein großer, gut gebauter Streber mit einem ansprechenden, jungenhaften Gesicht war eine Ausnahme. Unverblümte Ehrlichkeit war Sachstärke, nicht immer eine vorteilhafte Eigenschaft im Umgang mit dem anderen Geschlecht. Ich sehe das umwerfendste Mädchen vor mir, das ich je gesehen habe, gestand er. Selina senkte den Blick, tat so, als sei sie ungläubig, und klappte ihren Kiefer zurück. Es war ein nonverbales Zeichen für, ich kann es nicht fassen, dieser Typ. Schnell erwiderte sie. Glaubst du, mit so einem Spruch kommst du auch nur in die Nähe meines Hörschens? Selina genoss die Konfrontation, besonders mit den wenigen Nerds, denen sie begegnete. Sachs schlagfertiger Verstand kam mühelos zum Einsatz. Ich hoffe, dass es nicht so einfach ist, aber wenn das Angebot auf dem Tisch liegt, wäre ich dumm, es abzulehnen. Selinas Reaktion war eine Mischung aus Beleidigung und Faszination. Tut mir leid, wir sind aus verschiedenen Welten. Das würde zwischen uns nicht funktionieren. Wieder einmal hatte Sachs sofort eine Erwiderung parat. Nun, die Luft hier auf der Erde ist ein wenig verschmutzt. Wie ist die Luft auf eurem Planeten? Selina rief aus. Nein, du Ahnungsloser. Ich meine die Kluft zwischen Künstlern und Nerds. Klingt für mich nicht nach einer guten Partie. Du solltest dir ein streberhaftes Mädchen suchen und hinter dem Wissenschaftsgebäude die Taschenschützer tauschen. Sie kicherte über ihren eigenen Scherz. Sach tat so, als ob er niedergeschlagen aussähe, und erwiderte. So weit habe ich es noch nie mit einem Mädchen gebracht. Außerdem fürchte ich, dass mein Bleistift zu groß für ihren Taschenschützer sein könnte. Daraufhin lachten sie. Sach ließ sich nicht beirren und fragte weiter. Wie kannst du feststellen, ob wir zusammenpassen, ohne es zu versuchen? Trotz der Aussicht, Zeit mit einer scheinbar aussichtslosen Beziehung zu vergeuden, konnte Selina der Neugier auf diesen Nerd nicht ganz widerstehen, vor allem angesichts seines Aussehens und seiner Fitness. Okay, ich werde dich herausfordern. Ich habe morgen um 15. 0 Uhr eine Aufführung in der kleinen Aula der schönen Künste. Erscheinen sie, machen sie sich Notizen, und je nachdem, wie ihre Kritik ausfällt, können wir über ein DIT nachdenken. Sinnst du oder spielst du ein Instrument? Ich bin übrigens Selina. Ich werde eines Tages die beste Zellistin der Welt sein. Ich bin Sach, ein Ingenieur. Ich werde dich eines Tages zum besten Ehemann der Welt machen. Sie lächelte, verblüfft von seiner Zuversicht. Das werden wir ja sehen. Wir sehen uns morgen. Am nächsten Tag saß Sach in der Aula und war sich im Stillen sicher, wie sich die Dinge entwickeln würden. Er wusste zwar nicht, wie man Cello spielt, aber er wusste, wie man sich vorbereitet. Während der gesamten Aufführung schaute er ab und zu auf sein Handy. Als das Konzert zu Ende war, wartete er darauf, dass Selina herauskam. Sie erschien und sah überrascht aus, als sie Sach sah. Wieder dafür mehr. Hör zu, ich habe ehrlich gesagt nicht erwartet, dass du auftauchst, also wenn du die ganze Sache lieber vergessen willst und du hast ein Versprechen gegeben und ich bin hier, um dich daran zu erinnern. Wie wäre es mit einem Kaffee bei Coffee Grounds & Drowns, die H. Donuts? Gut, bringen wir es hinter uns. Nachdem sie ihre Getränke und Snacks geholt hatten, fragte Sach, ob er seine Kritik abgeben könne. Selina stimmte zu. Sach fuhr damit fort, eine Kritik wie ein erfahrener Zeitungskritiker abzugeben, wobei er einen technischen Musikjargon benutzte und ihren Stil mit dem mehrerer bekannter Zellisten verglich. Selina war verblüfft. Ich wusste gar nicht, dass du dich so gut mit Cello spielen und klassischer Musik auskennst. Sachgrinste. Tust du auch nicht, weil ich geschummelt habe. Was meinst du mit geschummelt? Meine ältere Schwester, Denise, hat Musik studiert, Klavier. Ich rief sie an, sie hörte sich das Stück am Telefon an, schickte mir eine SMS mit ihrer Kritik und ich nutzte sie, um dich zu beeindrucken. Ich habe keine Ahnung, was die Hälfte davon bedeutet. Aber ich weiß, dass es mir Spaß gemacht hat, dich spielen zu hören und ich hoffe, du weißt es zu schätzen, dass ich mich bemüht habe, dich zu beeindrucken. Und wie stehen meine Chancen, ein Ditt zu bekommen? Selinas Gesichtsausdruck blieb ernst, bevor sie sprach. Man sagt, es gibt einen schmalen Grat zwischen Liebe und Hass und bis jetzt war ich mir nicht sicher, was das bedeutet. Ich kann mich nicht entscheiden, ob das, was du getan hast, meine Liebe oder meine Verachtung verdient. Aber du hast mich so fasziniert, dass ich mehr erfahren möchte. Also, ja, du kannst ein Ditt haben. Sie verabredeten sich mehrere Monate lang immer wieder, abwechselnd an verschiedenen Kunstorten und nach Sachs Vorlieben. Bei ihrer fünften Verabredung landeten sie im Bett. Die Unterschiede in ihrer Persönlichkeit erstreckten sich auch auf das Schlafzimmer. Selina war abenteuerlustig und genoss die körperliche Intensität, während Sach zuverlässig war und eine bemerkenswerte Ausdau bewies. Nach der ersten leidenschaftlichen halben Stunde und mehreren Höhepunkten für Selina brauchte sie eine Verschnaufpause. Als sie sich von Sach löste, rief sie aus. Geht das Ding jemals runter? Haben alle Ingenieure dieses Durchhaltevermögen? Sach antwortete, als hätte er die Frage schon einmal gehört. Wenn man etwas braucht, das oben bleibt, dann ist es ein Ingenieur, der für die Erektion sorgt. Und wie lange dieser Ingenieur durchhält, das musst du einfach herausfinden, nicht wahr? Selina tat es und entdeckte, dass ihre mehrfachen Ekstasen auf seine einzige Ejakulation zur Norm in ihrer Intimität wurden. Als Sach Selina fragte, ob sie mit ihm ausgehen wolle, obwohl sie eine andere Verabredung hatte, bemerkte sie ein rotes Tuch. Tief in ihrem Inneren wollte sie ihre Pläne absagen und mit Sach gehen. Es dämmerte ihr, wie ernst die Dinge geworden waren. Es war an der Zeit, einem unmöglichen Traum ein Ende zu setzen. Sie bat Sach, sich mit ihr auf einen Kaffee zu treffen. Ohne zu zögern legte sie los. Sach, ich mag dich wirklich sehr. Sach schaltete sich ein. Aber dafür, dass du so ein tolles Mädchen bist, hast du ein großes, aber, vor dir. Verdammt nochmal. Ich versuche hier, ein ernsthaftes Gespräch zu führen, murmelte sie und Sach bot ihr eine Entschuldigung an. Ich sehe einfach keine Zukunft für uns. Du machst diesen Frühling deinen Abschluss und ich habe noch ein Jahr vor mir. Ich strebe eine Stelle bei einem großen Sinfonieorchester an und werde wahrscheinlich dorthin ziehen, wo es mich hinzieht. Ein Ehemann, geschweige denn eine Familie, passt in absehbarer Zeit nicht in meine Pläne. Doch irgendwo in ihrem Inneren hoffte sie, dass er sie davon abbringen könnte, aufzugeben. Okay, lass mich ein Bild malen. Ich werde meinen Abschluss machen und habe ein tolles Jobangebot in der Stadt. Ich kann dich in deinem letzten Jahr unterstützen. Du hast erwähnt, dass du für den letzten Abschnitt einen Studienkredit brauchst. Deine Eltern haben für dein Studium gespart, aber es hat nicht gereicht. Es hat nur für drei Jahre gereicht. Ich werde dich für das letzte Jahr unterstützen. Mit meinem Abschluss kann ich in jeder großen Stadt eine gute Arbeit finden und ich werde überall hingehen, wo du hingehst. Du bist bereits mein Lieben. Ich will dich als meine Frau. Hey, das reimt sich, gluckste er und ein selbstzufriedenes Grinsen ging über sein Gesicht. Ich werde versuchen, eine gute Ehefrau zu sein, auch wenn unsere Differenzen die Dinge zu einer Herausforderung machen könnten. Sach nahm eine ernste Mine an. Versprich mir nur eines. Wenn du jemals das Gefühl hast, dass ich nicht der wichtigste Mann in deinem Leben sein sollte, sag es mir vor allen anderen. Es würde wehtun, wenn du jemand anderen willst, aber ich kann damit umgehen, wenn du ehrlich zu mir bist. Ich kann mir nicht vorstellen, die Frau eines anderen zu sein als deine. Aber wenn es dich auf Trab hält, kannst du dich ruhig fragen, ob ich etwas im Schilde führe. Ihre Ehe dauerte fast 25 Jahre, nicht ohne Herausforderungen. Es begann damit, dass Selina schwanger wurde, obwohl sie verhütete. Sie konnte schwierig sein, wenn sie nicht schwanger war, aber die bevorstehende Mutterschaft verstärkte ihr Temperament. Sach verstärkte seine Unterstützung und Toleranz und ertrug dabei ein beträchtliches Maß an Härte. Die Geburt war eine Herausforderung. Selina hatte eine Blutvergiftung und das kleine Mädchen Sophia kam per Kaiserschnitt zur Welt, eine lebensbedrohliche Situation für Mutter und Kind. Obwohl sich Selina und Sophia nach ein paar Wochen erholten, riet der Arzt von weiteren Schwangerschaften ab. Angesichts von Selinas medizinischer Vorgeschichte mit Verhütungsmitteln entschieden sie sich vorsichtshalber für eine Eileiterunterbindung. Nach der Geburt von Sophia kehrte Selinas übliches Temperament zurück. Obwohl sie im achten Monat schwanger zu einem Vorspiel antreten musste, eine unkonventionelle Leistung, wenn man bedenkt, wie man ein Cello hält, beeindruckte sie die Cleveland-Symphonie und bekam eine Stelle angeboten. Sach hielt sein Wort und fand eine Anstellung in Cleveland, wobei er ein Gehalt in der Nähe seines früheren Verdienstes beibehielt. Mit Selinas Einkommen verbesserte sich ihre gemeinsame finanzielle Lage. Selina kehrte zu ihrem Mädchennamen Breckle zurück, eine Entscheidung, die sie Sach gegenüber als üblich unter weiblichen Künstlern erklärte, um ihr individuelles Talent hervorzuheben. Sophia zeigte schnell eine starke Zuneigung zu ihrem Vater. Trotz Selinas Versuchen, ihr Interesse an der Musik zu wecken, scheiterten drei Jahre erzwungener Klavierstunden. Danach überließ Selina Sach einen Großteil der Erziehungsarbeit. Sophia hingegen glänzte in Mathematik. Sie genoss es, dass es in der Mathematik ein eindeutiges Richtig-und-Falsch gab, ein krasser Gegensatz zu den Nuancen des Lebens. Schon früh strebte sie danach, Buchhalterin zu werden, ein Ziel, das sie ungehindert verfolgte und erreichte. Selinas letzter Versuch, eine künstlerische Neigung in der Familie zu wecken, beruhte auf Sophias Versprechen, ihren zukünftigen Sohn schon früh mit Musik vertraut zu machen. In den fast 30 Jahren ihrer Ehe zog die Familie dreimal um, immer weil Selina sich eine ihrer Meinung nach höhere Position in angesehenen Sinfonieorchestern sichern wollte. Fast ein Jahrzehnt zuvor waren Selinas Eltern auf tragische Weise bei einem Autounfall ums Leben gekommen und hatten ihr eine beträchtliche Summe aus ihrer Lebensversicherung hinterlassen, sowohl aus ihrer Arbeits- als auch aus ihrer Privatversicherung. Sach wollte über die beste Verwendung des Geldes diskutieren, verzichtete aber darauf, das Thema so kurz nach der Beherdigung anzusprechen. Sach war überrascht, als Selina eines Abends beim Abendessen verkündete. Ich habe etwas Aufregendes zu erzählen. Was ist es, Liebes? Ich habe ein Cello von Gennaro Gagliano gekauft. Sie nahm an, dass er die Bedeutung kannte. Sach wollte ihre offensichtliche Aufregung nicht unterdrücken. Das ist wunderbar, Schatz. Erzähl mir mehr. Nun, du weißt doch von dem Geld aus der Lebensversicherung? Ich überlegte gerade, wie ich es verwenden sollte, als meine Freundin Wanda erwähnte, dass an diesem Tag eine Auktion für ein Cello von Gennaro Gagliano stattfand. Ich war erstaunt. Wanda brachte mich direkt zum Auktionshaus und ich verliebte mich auf der Stelle. Der geschätzte Wert lag bei 350. 0,00 Dollar, nur ein bisschen mehr als mein Erbe. Aber, um es kurz zu machen, ich habe es gekauft. Sach bemühte sich, seine schwindende Unterstützung zu verbergen. Das hast du? Wie viel hast du bezahlt? Selena zuckte zusammen, als sie in gedämpftem Ton sprach. 3.62. 0,00 Dollar. Aber es war ein Schnäppchen für jeden Preis. Ist dir klar, wie begehrt ein echtes Gennaro Gagliano Cello unter Zellisten ist? Sachs Unzufriedenheit kam endlich zum Vorschein. 1,362,000. Du hast nur 315. 0,00 Dollar geherbt. Woher stammt der Rest des Geldes? Wieder zuckend gab Selena zu. Von unseren Ersparnissen. Sach gewann seine Fassung wieder. Du sagst also, dass du 315. 0,00 Dollar von deinem eigenen Geld ausgegeben hast, ohne zu besprechen, wie wir es am besten verwenden könnten. Und die zusätzlichen 47. 0,00 Dollar waren von unseren gemeinsamen Ersparnissen. Dieses Geld zu nehmen, ohne mit mir zu sprechen, ist nicht akzeptabel. Wie konntest du nur? Selena wurde abwehrend. Sobald ich das Haus meiner Eltern verkauft habe, werde ich es dir zurückzahlen. Anscheinend war dein ganzes Gerede über die Unterstützung meiner Karriere nur ein Gerede. Dieses Cello wird der Schlüssel zu meinem Traum sein, der erste Vorsitzende der New Yorker Philharmoniker zu werden. Das Versicherungsgeld war meins, und die Hälfte unserer Ersparnisse gehört auch mir, also komm darüber hinweg. Sach ging hinaus. Er fürchtete, etwas Bedauerliches zu sagen. Selena griff nach dem Wodka. Gegen 23. 0 Uhr an diesem Abend kam Sach zurück. Selena, in schwächter Laune, forderte Sach auf, sie anzuschreien. Er entschärfte die Spannung. Es tut mir leid. Ich unterstütze deinen Traum. Ich wünschte, du hättest darüber gesprochen, das Geld aus dem Erbe zu verwenden, aber das war deines. Aber der Griff zu unseren Ersparnissen hätte eine gemeinsame Entscheidung sein müssen, selbst mit einem Plan zur Rückzahlung. Ich hätte wahrscheinlich zugestimmt, da ich weiß, wie viel dir das Cello bedeutet. Ich entschuldige mich, aber das nächste Mal sprich bitte zuerst mit mir. Okay? Selina juckte es in den Fingern, sich zu streiten, obwohl sie nicht wusste, warum. Gut, sagte sie. In ihrem Inneren keimte ein kleiner Groll auf. Dass Sach all die Jahre neidisch auf ihren Erfolg und ihre Beliebtheit gewesen war. Daraus entwickelte sich ein Groll. Die folgenden Jahre markierten einen Höhepunkt für Selina. Als sie zum ersten Mal auf dem Galliano Cello spielte, fühlte sich das so sinnlich an wie ihre erste Liebe. Bald darauf schickte sie ein Vorspielband an die New Yorker Philharmoniker und bekam ein persönliches Vorspiel. Ein paar Wochen später fragte Selina beim Abendessen beiläufig. Sach, ist dein Lebenslauf auf dem neuesten Stand? Warum die plötzliche Frage? Was ist los? Mit einem Funkeln in den Augen rief sie aus. Vor dir steht der neue zweite Zellist der New Yorker Philharmoniker. Sach sprang von seinem Sitz auf, hob seine Frau rasch hoch und drehte sie herum. Er küßte sie inbrünstig und erklärte. Du hast es geschafft, Selina. Du hast dein Ziel erreicht. Ich bin unheimlich stolz auf dich. Nicht so schnell, ich bin erst einmal nur der zweite Vorsitzende. Ich strebe den ersten Vorsitz an. Und das wirst du auch schaffen, da bin ich mir sicher. Selina konnte sich eine Stichelei gegen Sach nicht verkneifen. Ich habe dir doch gesagt, dass das Cello es wert ist. Sach wischte die Bemerkung beiseite. Dies war ihr Moment zum Feiern. Er glaubte, dass ihr neu gewonnenes Selbstvertrauen den Unterschied ausmachte, nicht nur das Cello selbst. Beides war richtig. Ohne zu zögern, wusste Sach, was zu tun war. Er aktualisierte seinen Lebenslauf und machte sich auf die Suche nach einer Wohnung in New York. Obwohl sie einen besser bezahlten Job gefunden hatten und Selinas Einkommen gestiegen war, glichen die höheren Lebenshaltungskosten in der Stadt ihre finanzielle Situation fast auf das Niveau von vorher aus. Und das war anständig. In den folgenden Jahren verschaffte Sach seiner Tochter Sophia eine Stelle als Buchhalterin in seinem Ingenieurbüro. Da er sie nicht beaufsichtigte, gab es auch keine Bedenken wegen Vetternwirtschaft. Auch Sophias Ehemann, ein Feuerwehrmann, fand schnell eine Anstellung. Ähnlich wie bei ihren Eltern stieg Sophias Einkommen, aber ihre finanzielle Situation blieb relativ konstant. Der größte Vorteil war die Kindertagesstätte an ihrem Arbeitsplatz, was besonders wichtig war, da Sophia kurz nach dem Umzug schwanger wurde. In dieser Zeit stieg Selina schließlich zur ersten Cello-Stimme auf. Schon bald erhielt sie bei einer Aufführung ein Solo im Rampenlicht. Sach war zu Training gerührt von ihrer herausragenden Leistung, einer Mischung aus Stolz und der schieren Brillanz ihres Spiels. Ihre steile Karriere markierte den Niedergang ihrer Ehe. Während einer Feier für Selinas Leistung bemerkte Sach, dass sie die meiste Zeit mit ihren Symphoniekollegen verbrachte und sogar noch verweilte, nachdem Sach gegangen war. Sie zog es nicht einmal in Erwägung, mit Sach nach Hause zu gehen, als er erwähnte, dass er gehen würde. Es war ihr Abend. Selinas gute Zeiten hielten an, als sie mit drei anderen Mitgliedern der Streichergruppe ein Quartett gründete. Sie spielten oft auf Hochzeiten und besonderen Veranstaltungen, was den Musikern ein zusätzliches Einkommen verschaffte und der Philharmonie mehr Sichtbarkeit für Spendenaktionen verschaffte. Doch für Selina bedeutete es noch viel mehr. Das Quartett gewann an Popularität und brachte schließlich ein Album heraus, ein Hit in Kreisen der klassischen Musik, wenn auch nicht so populär wie die Rolling Stones. Der Erfolg des Quartetts führte dazu, dass Selina mehr reisen und üben musste, Zeit, die sie von ihrer Familie abzog. Wenn diese Veränderungen Selina störten, ließ sie es sich nicht anmerken. Sach beobachtete, wie ihr Intimleben dadurch fast ausgelöscht wurde. Der Versuch, mit Selina darüber zu sprechen, führte oft zu ihrer abweisenden Antwort. Das würdest du nicht verstehen. Trotz dieser Herausforderungen kam Sach nie auf die Idee, dass Selina ihm untreu sein könnte, bis zu einem Vorfall mit ihrem Telefon, der seine Welt aus den Angeln hob. Als er sich eines Abends zum Ausgehen bereit machte, erhielt Sach eine SMS auf seinem Handy, die auf dem Bildschirmschoner zu sehen war. Sie brachte seine Welt zum Einsturz. Die Nachricht, die fälschlicherweise von seiner Frau stammte, lautete. Nächstes Mal mehr Gleitmittel mitbringen. Untypischerweise schleuderte Sach sein Handy gegen die Wand und sah zu, wie es auf den Boden fiel, während er vor Kummer auf das Bett sank. Selina stürmte ins Zimmer und schrie fast. Wo ist dein Handy? Sach deutete auf den Boden. Selina hob es auf und fragte nach seinem Passwort, das er ihr gab. Als sie ihn eintippte, blieb die Nachricht umgelesen. Mit einem Seufzer der Erleichterung löschte sie die Nachricht, da ihr klar wurde, dass sie einiges zu erklären hatte. Ich habe Marge eine persönliche Nachricht geschickt, etwas, von dem sie mir versprochen hat, es mit niemandem zu teilen. Ich habe sie versehentlich an dich geschickt. Du hast sie nicht gesehen, oder? Zum ersten Mal in ihrer Ehe hat Sach seine Frau angelogen. Nein, ich habe es summen gehört, aber ich war gerade dabei, mich fertig zu machen. Okay, beeil dich. Wir wollen ja nicht zu spät kommen. Obwohl er keine Lust hatte, auszugehen oder etwas zu unternehmen, machte sich Sach schick. Er verbrachte den ganzen Abend in seiner eigenen Welt und beachtete Selina und die Aufmerksamkeit, die sie erhielt, nicht. Selina nahm Sach schicht nicht wahr. Er fühlte sich für sie wie ein bloßes Accessoire. Sach versuchte, sich selbst davon zu überzeugen, dass er sich in der Bedeutung der Nachricht ehren könnte, doch er brauchte Gewissheit, bevor er handeln konnte. In den gelben Seiten fanden sich zahlreiche Privatdetektive. Er entschied sich für einen, der auf diskrete Ermittlungen und Überwachung spezialisiert war, und rief ihn an. Sie kamen zu dem Schluss, dass die wahrscheinlichen Zeiten für ihre Verabredungen während der Öffnungszeiten der Philharmonie und den Proben des Streichquartetts lagen. Ein Bericht würde in zwei Wochen fertig sein. Nach der quälenden Wartezeit traf sich Sach endlich mit dem leitenden Ermittler. Der Privatdetektiv enthüllte, dass das Quartett normalerweise eine Stunde lang übte, donnerstags aber auch zwei. Der Ermittler erwähnte Selenas merkwürdiges Verhalten nach einer Sitzung, in der sie Witze über ihren seltsamen Gang machte. Ein anderer Musiker gab ihr spielerisch einen Klaps auf den Hintern. Für Sach war das ein Zeichen, dass etwas Intimeres vorgefallen war. Um Beweise zu erhalten, erklärte der Ermittler, dass ein Mikrofon in dem Raum aufgrund seiner Schallisolierung nicht funktionieren würde. Sie brauchten ein Aufnahmegerät, das zwei Stunden Ton im Raum aufzeichnen konnte. Die praktikabelste Lösung war, es in Selenas Cello-Koffer unterzubringen. Sach wies den Ermittler an, das kleinstmögliche Gerät zu besorgen und dafür zu sorgen, dass es in ihrem Koffer untergebracht wurde. Der Koffer, in dem das 250 Jahre alte Cello untergebracht war, blieb im Originalzustand, auch wenn die Innenauskleidung mehrmals ausgetauscht wurde. Selena erwähnte einmal gegenüber Sach, dass das Etwi trotz seines ramponierten Äußeren einen Wert von etwa 50. 000 Dollar hatte. Sie ermahnte ihn, es mit Vorsicht zu behandeln. Eines Abends erkundigte sich Sach beiläufig, wie man das äußere Erscheinungsbild des Koffers wiederherstellen könne, ohne ihn zu entwerten. Selena bat um die Erlaubnis, den Koffer genau untersuchen zu dürfen, und stimmte widerwillig zu, wobei sie Sachs mangelndes Fachwissen anerkannte. Er nutzte die Gelegenheit, um einen Platz für den Rekorder zu finden, ihn unauffällig einzuführen und zu verbergen. Mit vorsichtigen Schnitten und etwas Sekundenkleber schaffte er die Aufgabe und hinterließ nur minimale Verzerrungen. Selena begutachtete seine Arbeit und vergewisserte sich, dass kein Schaden entstanden war. Er versicherte ihr, dass er einen qualifizierten Restaurator zu Rate ziehen würde. Die Aufnahmesitzung am Donnerstag war aufschlussreich. Nach einer Stunde musikalischer Übung gingen Selena und das Streichquartett, Josh Carter an der Geige, Ross Sturdevant am Bass und Derek Sommer an der Bratsche, für die nächste Stunde zu intimen Aktivitäten über. Josh und Ross waren beide verheiratet. Derek, der schwul ist und mit seinem Partner zusammenlebt, vergnügte sich sexuell entweder mit Josh oder Ross, während der andere mit Selena zusammen war. Nach einiger Zeit tauschten sie die Partner. Sach fühlte sich furchtbar, aber er hatte seine Beweise. Was kam als nächstes? Sach plante einen ruhigen Abend zu Hause mit Selena. Am kleinen Esstisch sitzend, jeder mit einem Glas Wein, meinte Selena. Ich bin froh, dass du mich zu diesem ruhigen Moment mit dir, gezwungen, hast. Es ist eine schöne Abwechslung von all dem Chaos. Selena bemerkte, dass Sach ihre Bemerkung nicht zu würdigen wusste. Er kam direkt zur Sache. Bevor wir geheiratet haben, habe ich dir gesagt, dass du es mir sagen sollst, wenn du mich jemals nicht mehr begehrst. Ich sagte, es würde mich am Boden zerstören, wenn ich herausfinde, dass du mit jemand anderem zusammen bist, ohne mich zu informieren. Nun, ich bin am Boden zerstört. Ungerührt erwiderte Selena. Ach, komm schon. Wer erinnert sich schon an Versprechen, die vor Jahren gemacht wurden? I. Ich schon. Ich habe meine gehalten. Ich bin umgezogen, wann immer du in deiner Karriere vorankommen wolltest. Ich habe diese Jobs genossen. I. Bitte, Sach, sei ein Erwachsener. Du bist nicht verletzt. Wo ist die Wunde? Wo blutest du? Es geht um deinen Stolz, dein Ego. Was ist mit meiner Liebe? Was ist mit meinem Vertrauen? Weißt du, wie wenig Zeit wir miteinander verbringen? Ist dir klar, dass du nie mehr, ich liebe dich, sagst? Ist dir klar, dass es so lange her ist, dass wir intim waren? Sach bemühte sich, die Fassung zu bewahren. Selena wählte einen anderen Ansatz. Du nimmst mir meinen Erfolg übel. Du konntest nicht damit umgehen, nicht Mr. Brettli genannt zu werden, weil ich deinen Nachnamen nicht angenommen habe. Mein Leben hat sich verändert. Es hat sich verbessert. Ich habe andere Wünsche und Bedürfnisse, die dein Ingenieursgehirn nicht ergründen kann. Ich bewege mich jetzt in anderen Kreisen. In der Welt der Künstler ist es üblicher, eine Affäre zu haben, als treu zu sein. Die Ehefrauen von Josh und Ross akzeptieren es. Dereks Partnerin ist es egal, solange er zu Hause bei ihr ist. Unsere körperliche Intimität hat unsere Musik bereichert. Sach hatte Mühe, seine Wut im Zaun zu halten. Während ich also bei den Schwanzlutschern festsitze, bist du in diese höhere Gesellschaftsschicht aufgestiegen. Selina blieb hartnäckig. Ach, komm schon, du Schlaumer. Lass es mich klarstellen. Du siehst mich als einen Besitz an, den du nicht teilen willst. Nun, scheiß drauf. Ich bin eine Ressource, eine talentierte Ressource, die geteilt werden soll. Also habe ich mich mit ein paar anderen vollendeten Künstlern geteilt. Große Sache. Sach witterte einen kritischen Punkt in ihren Worten und fragte nach. Es ist also ein Verbrechen gegen die Menschheit, wenn eine künstlerische Ressource nicht geteilt wird, richtig? Sie ist wertlos, wenn sie von einer Person gehortet wird und anderen vorenthalten bleibt. Ist es das, was sie sagen wollen? Selina, unsicher über Sachs Standpunkt, antwortete. Ja, im Wesentlichen. Sachs Haltung änderte sich völlig. Danke für die Klarstellung. Ich bin überzeugt. Es ist schon spät. Ich gehe ins Bett. Gute Nacht. Während Selina ihren Wein austrinkt, kommt Sach in Shorts und mit seinem Lieblingskissen aus dem Schlafzimmer. Wo gehst du hin? Ins Gästezimmer. Ich dachte, ich könnte heute Abend deine künstlerische Ressource mit dir teilen, aber mir wurde klar, dass du dich auf mein Niveau herablassen müsstest. Das kann ich dir nicht antun. Er schlenderte davon. Schön, schmoll so viel du willst, erwiderte Selina. Sach kehrte ins Schlafzimmer zurück, dieses Mal vollständig angezogen. Er verließ die Wohnung mit einem Koffer und kehrte weder in dieser Nacht noch in den folgenden Tagen zurück. Er wollte nicht schmollen. Er wollte Rache. Es war schwieriger, als er sich vorgestellt hatte, mit den Dingen zu ringen, die er an ihr schätzte. Aber die Bänder und ihr Gespräch beim Abschied tauchten immer wieder auf. Die Rache musste kommen. Am folgenden Donnerstag fing Sach Selina und das Quartett am Bühneneingang ab, wo sie normalerweise Taxis nach Hause nahmen. Selina schien überrascht zu sein. Sach, was führt dich hierher? Ich dachte, ich könnte kurz mit dir reden, wenn das okay ist. Selina stimmte zu, und sie entfernten sich von der Gruppe und gingen in eine Gasse neben einem großen grünen Müllcontainer. Sach stellte ihr Cello neben sie und wandte sich ihr zu. Er begann damit, Selina über ihren Enkel auf dem Laufenden zu halten, indem er ihr entzückende Bilder zeigte. Doch als er ihre wachsende Ungeduld spürte, lenkte er das Gespräch auf den Grund ihres Treffens. Ich wollte nur etwas klären, und dann will ich dich nicht weiter belästigen. Sach, das ist kein Problem. Bitte, lass uns nach Hause gehen und das klären. Das ist es nicht wert, dass wir uns so viel Kummer machen. Wir haben zu viel in unsere Ehe investiert, um sie so einfach aufgeben zu können. Sach widerstand dem Drang, ihr vorzuwerfen, sie habe die Ehe aufgegeben, und fuhr fort. Es ist hart für mich, aber deshalb bin ich nicht hier. Ich wollte nur bestätigen, was sie gesagt haben, dass künstlerische Ressourcen nicht von einer Person gehortet werden dürfen. Ist das richtig? Das habe ich schon neulich abend erklärt. Wollen wir das jetzt wieder aufwärmen? Denn wenn ja. Nein, ich wollte nur sicher sein, antwortete Sach. Er warf einen Blick auf die Straße vor sich, griff schnell nach Selenas Cello und schleuderte es auf die Straße. Ein fahrender Lieferwagen zerschmetterte den Koffer und das Cello in Stücke. Selena erstarrte und schnappte nach Luft, als sie auf die Knie sank und unkontrolliert schluchzte. Nein. Nein. Sach versuchte, sich zu erklären. Ich verstehe nicht, warum du so aufgebracht bist. Dein Cello war eine künstlerische Ressource und du hast es ganz für dich behalten. Es war also wertlos. Selena schnaugte. Sie erhob sich und hämmerte ihre Fäuste wütend gegen Sachs Brust. Er leistete keinen Widerstand. Du absolutes, abscheuliches, verachtenswertes Arschloch. Ich bringe dich um. Ich bringe dich um, verdammt. Wie konnte ich nur so dumm sein, dich zu heiraten? Ist dir klar, was du getan hast? Sach antwortete. Verdammt. Ich wünschte, ich hätte jetzt meinen Schimpfwort Thesaurus zur Hand. Und ja, ich bin mir völlig bewusst, was ich getan habe. Vielleicht hast du dadurch nur einen Bruchteil des Schmerzes erlebt, den ich empfunden habe, als ich dich und deine Kumpels auf Band gehört habe. Um es mit den Worten eines mir bekannten Künstlers zu sagen. Werdet erwachsen. Wo ist der Schmerz? Das Blut? Die gebrochenen Knochen? Alles, was ich sehe, ist ein geprelltes Ego. Dein Ego, Selena, ist so massiv wie der Schaden, den es dir zufügt. Selena weinte unkontrolliert, während ihre Freunde, die bei dem Geräusch des zerstörten Zellos herbeigeeilt waren, zusagen und nicht wussten, wie sie eingreifen sollten. Zwischen den Schluchzerren forderte Selena Sach heraus. Hast du noch etwas in petto, um mir wie zu tun? In der Tat, ja. Sach wies auf zwei Männer in der Nähe, von denen eine mehrere versiegelte Umschläge trug. Als sie sich Selena mit den Umschlägen näherten, verkündete der Mann vor ihr, während ein zweiter Mann, ein Reporter-Fotograf, die Szene dokumentierte. Liedes Fürst Selena Brettle, du wurdest zugestellt. Dies ist ihr Scheidungsantrag. Diese beiden sind von Missis. Carter und Missis Sturdevant wegen Entfremdung der Zuneigung Mister Carter, hier ist ihr Scheidungsantrag und zwei Entfremdungen. Mister Sturdevant, das sind ihre Und Mister Sommer, sie haben drei Entfremdungen. Ihr Partner hat die Scheidung nicht eingereicht. Weiß jemand, wo das Büro der Philharmonie ist? Ich habe noch einen Umschlag übrig. Derek fragte verwundert. Warum zum Büro der Philharmoniker? Ich habe eine Klage von Mister. Herr Milton, Missis. Carter und Missis. Sturdevant, weil die Philharmoniker sexuelle Aktivitäten ihrer Angestellten in ihren Räumlichkeiten unterstützen. Sach entfüllte, dass Selena die Haltung der Ehefrauen zu der Affäre missverstanden hatte. In Wahrheit war es eine Herausforderung gewesen, sie davon zu überzeugen, bis zu diesem Moment zu warten. Selena spuckte aus. Herzlichen Glückwunsch, dass du uns alle erschüttert hast, du verachtenswerte Idiot. Ich hoffe, du bist zufrieden. Ich werde die Scheidung durchfechten und dich für den Verlust meines unersetzlichen Zellos verklagen. Ich weiß auch, wie ich zurückschlagen kann. Und jetzt geh weg von mir und bleib weg. Sach blieb standhaft. Eine letzte Sache noch, bevor ich gehe. Er verschwand hinter einem nahegelegenen Müllcontainer und tauchte mit einem neuen Zellokasten wieder auf. Hier drin findest du dein kostbares Galliano Cello. Ein Freund von mir tauschte die Zellie aus, während wir uns unterhielten. Der ursprüngliche Koffer war kaputt, also schulde ich dir noch 50. 000 Dollar von unserer Abfindung. Ohne zu zögern, öffnete Selena den neuen Koffer. Darin befand sich ihr Galliano. Eine andere Art von Tränen kullerte in ihren Augen. Sie kämpfte mit einer Bälle von Gefühlen, stark und komplex. Nach einigen Augenblicken sichtbarer Verzweiflung geleiteten ihre Freunde sie in ein nahegelegenes Café. Selena saß da und umklammerte ihr Cello wie eine lang vermisste und plötzlich wiedergefundene Liebe. In Gedanken versunken wiegte sie das Instrument sanft hin und her. Man sagt, dass die Menschen ihr Leben oft in einem Augenblick Revue passieren lassen, bevor das Unglück zuschlägt. Für Selena kam dieser Moment kurz bevor sie Zeuge wurde, wie ihr geliebtes Cello zerstört wurde. Sie blätterte in der Zeit zurück und erlebte Momente mit Sach und Sophia. Es dämmerte ihr, dass ihr Schmerz eine Folge ihres eigenen Handelns war. Ernst ergriff ihr Herz, als sie erkannte, dass der Mann, den sie schätzte, vielleicht nicht mehr da war. In ihrer Verzweiflung nahm sie ein Taxi und raste nach Hause, in der Hoffnung, Sach noch zu erwischen, bevor er für immer verschwand. Trotz eines saftigen Bestechungsgeldes für den Fahrer kam sie in einer leeren Wohnung an. Als sie ins Schlafzimmer eilte, fand sie alle Spuren von Sach verschwunden. Es qualmte noch und im Kamin brannten die Bilder, Hochzeitserinnerungen, vor sich hin. Als sie die Alben durchblätterte, entdeckte sie, dass Sachs Part aus jedem Bild herausgerissen war, so dass nur ihr eigener übrig blieb. Die Klage gegen die Philharmoniker scheiterte am Fehlen einer Richtlinie über die Beziehungen zwischen Mitarbeitern. Eine neue Richtlinie wurde umgehend in Kraft gesetzt. Die Medienberichterstattung über die skandalösen Aktivitäten des Streichquartets schadete den Spendeneinnahmen der Organisation. Daraufhin wurden alle vier Musiker entlassen. Es schien, dass in der Welt der Musik das alte Sprichwort, Geld regiert die Welt, zutrifft. Selenas anfängliche Absicht, die Scheidung anzufechten, schwand angesichts ihres tiefen Kummers. Ihr Anwalt riet ihr davon ab, mehr Vermögen anzustreben, da dies Sach nur noch reicher machen würde. Sie folgte dem Rat und schloss die Scheidung ab, enttäuscht darüber, dass Sachs sich weigerte, sich auch nur zur Unterzeichnung zu treffen. Seit Sachs sie verlassen hatte, war sie zwar oft allein in der Wohnung gewesen, aber erst jetzt war die Lehre wirklich durchdringend. Wodka wurde ihr Begleiter, aber ein Schwächter. Selena erkannte allmählich die vielen Dinge, die Sach für die Familie getan hatte und die sie für selbstverständlich gehalten hatte. Die Konfrontation mit ihren Taten der vergangenen Jahre quälte sie, eine Qual, die sie glaubte, verdient zu haben. Sie versuchte, sich mit verschiedenen Aktivitäten die Zeit zu vertreiben, aber keine konnte sie von dem Verlust ablenken, den sie erlebt hatte. Obwohl sie im geschäftigen New York lebte, drohte die Einsamkeit. Selena hielt sich beschäftigt, doch das Tempo und die Kosten der Stadt forderten ihren Tribut. Sie vernachlässigte ihre Finanzen und war schockiert, als sie feststellte, wie wenig von der Siedlung nach ein paar Monaten noch übrig war. Es war an der Zeit, ihre Lebensläufe zu verschicken. Die Welt der renommierten Orchester, die untereinander vernetzt und informiert waren, hatte von dem Skandal des Quartetts erfahren. Selena war bestürzt über den Mangel an positiven Antworten auf ihre Bewerbungen. Das Cleveland Symphony Orchestra, ihr früherer Arbeitgeber, war das einzige Stellenangebot, das sie erhielt. Das Warten auf eine bessere Gelegenheit schien aussichtslos. Bevor ihre Mittel ganz aufgebraucht waren, nahm sie das Angebot an und zog um. Anstatt sich zu verbessern, verschlechterte sich Selenas Situation. Ihr Gehalt reichte in Cleveland kaum für das Nötigste und entsprach bei weitem nicht dem Lebensstil, an den sie sich in New York gewöhnt hatte. Die Einsamkeit in Cleveland fühlte sich sogar noch viel schlimmer an als in New York. Verabreddungen und gelegentliche Intimitäten verschafften ihr nicht die gleiche Befriedigung, die sie einst kannte. Ein Wendepunkt kam durch ein unverblümtes Gespräch mit dem Symphoniedirektor zustande. Er kritisierte ihre nachlassende Leistung, erinnerte sie an ihren früheren Status und mahnte sie, sich zu bessern, sonst riskiere sie, ihren Platz zu verlieren. Beunruhigt kehrte sie nach Hause zurück und dachte über ihre Wodkaflasche nach. Anstatt zu trinken, starrte sie sie an und erkannte, dass sie Hilfe brauchte. Fast unbewusst rief Selena ihre Tochter an, mit der sie in Kontakt geblieben war, um Neuigkeiten über ihren Enkel zu erhalten. Das Gespräch führte zu Sach. Neugierig auf ihn, fragte Selena, wie es ihm ginge. In ihrer Aufregung wurde Sophia unvorsichtig und verriet etwas, das ihr Vater sie gebeten hatte, geheim zu halten. Det geht es jetzt besser. Besorgt erkundigte sich Selena, ob er Krebs habe. Nein, Mama. Es ist kein Krebs. Sophia zögerte, spürte aber die Dringlichkeit, etwas zu sagen. Nach der Scheidung verfiel Det in eine tiefe Depression. Er, eh, er hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Ich habe die Rettungssanitäter rechtzeitig erreicht. Ich musste ihm versprechen, dir nichts zu sagen. Aber jetzt geht es ihm besser. Er geht zu einem Therapeuten, der ihm sehr geholfen hat. Er versucht, wieder zur Normalität zurückzufinden, obwohl Verabredungen für ihn eine Herausforderung bleiben. Er hat sich seit der Scheidung nicht mehr verabredet. Aber es geht ihm besser? Ich bin erleichtert, das zu hören. Es tut mir so leid, was ich unserer Ehe angetan habe. Ich habe nie gemerkt, dass ich ihm wehgetan habe, bis es zu spät war. Ich kann nicht glauben, wie egoistisch ich war. Er hat nicht verdient, was passiert ist. Ja, es geht ihm besser. Und es hat auch nicht geschadet, als sein letztes Patent für ein paar Millionen verkauft wurde. Was? Er hat ein Patent für Millionen verkauft? Erinnerst du dich nicht an sein Energiespeichergerät, von dem er oft gesprochen hat? Der, mit dem man eine Menge Energie in Geräten einsparen kann? Ich schätze, ich habe ihm wirklich keine Beachtung geschenkt. Nun, er hat es perfektioniert und ist jetzt über 10 Millionen Dollar schwer. Er hat uns ein wunderschönes Haus gekauft. Du musst es dir ansehen. Sophia versuchte, das Interesse ihrer Mutter an ihrem Vater abzuschätzen. Du kannst dir vorstellen, wie viel Aufmerksamkeit er jetzt vom anderen Geschlecht bekommt. Er sieht immer noch ziemlich gut aus, seit er wieder etwas zugenommen hat. Er war schon immer ein attraktiver Mann. Sophia spürte die anhaltende Zuneigung ihrer Mutter zu ihm. Nachdem sie das Gespräch beendet hatte, überlegte Selina, ob sie Sach ansprechen sollte. Er wird wahrscheinlich denken, dass ich nur wegen des Geldes anrufe. Dennoch hatte sie sich nicht direkt bei ihm entschuldigt. Ein Schlussstrich schien zumindest notwendig. Vielleicht brauchte er sie auch. Seine Nummer zu wählen, fühlte sich körperlich anstrengend an, weil sie befürchtete, seine Stimme wieder zu hören. Hallo, antwortete er. Sach, ich bin's, Selina. Wie? Wie geht es dir? Sie befürchtete, er würde aufliegen. Selina, es ist schön, von dir zu hören. Ich bin froh, dass du anrufst. Sophia hat mich über dein Leben auf dem Laufenden gehalten. Du bist wieder in Cleveland, habe ich gehört. Der Kreislauf des Lebens, nehme ich an. Wie geht's dir? Nun, in diesem Moment bin ich von ihrer Antwort überrascht. Angenehm überrascht. Du klingst nicht so, als würdest du mich immer noch hassen. Selina, ich habe dich nie gehasst. Ich habe dich immer geliebt und werde dich immer lieben. Es waren deine Taten, die ich gehasst habe. Dieser Hass dauerte lange Zeit an, aber auch das ist jetzt vorbei. Ich bin froh, dass du angerufen hast, denn ich hatte nie die Gelegenheit, mich für den Trick mit dem Cello und die Entlassung der Philharmoniker zu entschuldigen. Das war eine Überreaktion meinerseits. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Sach, das ist nicht fair. Ich bin derjenige, der um Vergebung bitten sollte. Tränen, von denen sie sich geschworen hatte, sie nicht zu vergießen, während sie mit ihm sprach, liefen ihr über das Gesicht. Der Erfolg ist mir zu Kopf gestiegen, und ich habe aus den Augen verloren, was wirklich wichtig ist. Du hast nichts getan, was meine Vergebung erfordert. Selina spürte eine vertraute Mischung von Gefühlen, die sie seit Jahren nicht mehr erlebt hatte und die sie an ihre Gespräche mit Sach vor langer Zeit erinnerte. Aber ich bin froh, dass es das gefälschte Cello unter dem Laster war und nicht ich. Wahrscheinlich habe ich es verdient. Sie kicherten beide. Nachdem sie sich eine halbe Stunde lang ausgetauscht hatten, lag das unausgesprochene Thema schwer in der Luft. Selina hatte das Gefühl, dass sie die größere Schuld trug und fand den Mut, es anzusprechen. Sach, gibt es eine Chance für uns, wieder zusammen zu sein, zumindest als Freunde? Ich riskiere vielleicht zu viel, wenn ich das jetzt sage, aber ich vermisse dich. Mein Ego hat einen Schlag abbekommen. Das Gespräch machte eine längere Pause. Selina dachte, dass sie die Dinge zu schnell überstürzt hatte. Aber in ihrem Alter war jede Zeitspanne ein Glücksspiel. Erfolg hin oder hier, sie war das Risiko eingegangen. Schließlich antwortete Sach, es tut mir leid, dass dein Ego verletzt wurde. Wo wäschst du dir morgens das Gesicht? Selina grinste und erwiderte. Und doch möchte ich, dass du wieder mir gehörst. Darf ich zurückkommen? Bitte. Ja. Aber lass uns noch keine Versprechungen darüber machen, was für eine Art von Beziehung wir haben werden. Ich denke, wir sollten noch einmal von vorne anfangen, aber wenn wir diesmal etwas versprechen, sollten wir es auch halten. Einverstanden? Einverstanden. Ich danke dir, Sach. Weißt du, ich kann nicht glauben, dass unsere Versöhnung so einfach war. Warum haben wir das nicht schon früher gemacht? Ich war immer ehrlich zu dir, und ich werde auch jetzt nicht damit aufhören. Wenn ich ein Video von dir und den anderen im Proberaum gesehen hätte, hätte ich vielleicht nie wieder mit dir gesprochen. Die Vorstellung wäre zu viel gewesen, auch wenn ich dich immer geliebt habe. Irgendwie hat mir der Therapeut geholfen, den Schmerz zu lindern, wenn ich mich daran erinnere, was ich auf dem Band gehört habe. Um ehrlich zu sein, Selina, wenn du ein paar Monate früher angerufen hättest, wäre ich nicht bereit gewesen. Ich weiß nicht, ob Sophia es erwähnt hat, aber ich war nach der Scheidung ziemlich, nun ja, tief deprimiert. Ich musste erst einmal den Tiefpunkt erreichen, bevor ich mich wieder aufbauen konnte. Ich brauchte einen wirklich guten Therapeuten und viele Monate, um meinen Kopf wieder klar zu bekommen. Erst seit etwa sechs Monaten habe ich wieder einen klaren Kopf. Ihr Anruf kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich hatte schon versucht, den Mut aufzubringen, dich anzurufen. Sach, im selben Geist der Ehrlichkeit musste auch ich den Tiefpunkt erreichen. Mein Ego war am Boden zerstört, und das war allein meine Schuld. Ich hätte mich schon viel früher an dich wenden sollen. Ich kann nicht glauben, dass ich es nicht getan habe. Sach konnte sich die Eröffnung nicht verkneifen. Nun, ich schätze, dein Telefon ist nicht das Einzige, das dumm ist. Sie lachten beide auf dem Weg zu ihrer zweiten Chance auf Ehe. Also, ich schätze, dein Telefon ist nicht das Einzige, das dumm ist.